so willkommen zur nächsten folge von way to moskwa wir haben ja immer noch die novik die runde letztens lief ja nicht so toll und wir brauchen für die bogatür 2400 erfahrung 130 haben wir wollen wir doch mal schauen ich habe mich entschlossen die da ich die diana hat vielleicht zwischendurch auch die diana mitzuspielen ist halt premium schiff und russischer kreuzer also daher passt hat heute mit rein und ganz abwegig heute mit dabei der dark moon hallo hallo und so hat ausgewählt die tashibana gut dann starten wir mal das gefälscht so hoffe mal dass ich nicht so fehler wie letztens so ok na das sieht ja das sieht ja spaßig aus 4 4 4 4 4 5 5 keine ahnung 5 5 5 5 5 Ja. Ja. 2 1 Oh, schon entdeckt. Oh, und ne Bugertür vor uns. Eieiei, die geht natürlich auf mich. Wackertacke ist auch noch da. Wackertacke fährt so. Ach, zweimal Wackertacke. Ich drehe mal hier direkt weg. Sorry, aber... kann nicht... Ach, Mist. Ja, da hinten komme ich nicht ran. Hier geht alles neben der Insel. Eintritt mich mal hier weg. Lass dich nicht töten. Habe ich irgendwie nicht vor. Nein. Ja. 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 Hohohohohohohohohohoho. Nein, nicht in die Richtung... Ooooooooh! Verdammt! Das ist die Eilinie. Ja! Oooo, getroffen! Na komm, brenn! Brennen tut sie wie die Zunde noch. Wir haben noch einen Brandinfarkten. Und weg ist er. Uiuiui! 454 habe ich noch. Das ist mal 63. Ne Unikrase. Hm? Oh, mein Kater spielt mit leer auf meinem PC. Oha! Boah, ich treff die nicht. Ah, das ist ja auch. Oh Gott, hier drüben haben wir nämlich die ganzen Schlachtschiffe. Oha! Und... Nass ausschließen. Ja, macht. Oh, 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 oh. Ja, bin weg! So. Oha! Aber du könntest versuchen... Ja. Jetzt den Bogen rumzumachen nach B. Oh, da kommt... die Nassau. So sieht's aus. So. Die Kase ist weg. Doch, hier hat die da die Torpedos abgesetzt. Frontal. Pass bloß auf. Wo guckt der denn hin? Genau, zur anderen Seite. Aber die ist auch gleich weg. Jetzt auf nach B. Okay. Äh, okay. Ich mischt war mit B. Oh, scheiße. Okay. Ja, weil die Nassau mich aufgedeckt hatte. Ja, die schwarzen aus. Ah, das wird ein Verlust. Zurück zum Hafen. Okay. Ja. Nur ist die Novik noch im Gefecht. Dann nehme ich halt die Diana. Oh Gott. Ja, das ist dann immer blöd. Wenn man nur... Wenn man sich auf eben ein Dings beschränkt. Zerstört wird. Jetzt auf jeden Fall. Dann fahre ich jetzt die Diana. Entschuldigung. Warte mal. Jetzt muss ich jetzt mal bei mir gucken. Kannst du da auch noch irgendwo hier noch ein Zweier? Ja, guck mal. Das ist doch nicht bloß ein. Bei so vielen Schiffen muss man ja alles finden. Das ist wie im Schubfachwühl. Ich hatte doch hier noch irgendwo alles zugekramt. Ich habe ja gesagt, nimm den Käpt'n von der Käpt'n. Brauchst du noch die Diana so als Beiboot? Alles klar. Kann losgehen? Ja. Start. Oh Gott. Du hast ja das ausgesucht, neu anzufangen. Jaaaa. Also beklang dich jetzt nicht. Krieg mecker doch nicht rum. Das ist jetzt selbe meckern wie in normalen Gefächt'n. Und schon wieder zerstört. Oh. Eine Gen-Name, ja. Nassau, Nassau, Nassau. Nassau. Nassau, Nassau. Nassau, Nassau. Nassau. Nassau, Nassau, Nassau. Nassau. Die Neue nehmen können. Jaaaa. Und dann wäre mal auf. Als Fünfer werte nur jaa. Als Fünfer werte nur jaa. Im schlimmsten Fall. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Quatsch. Diesen Konjuno. Ich bin. Wann. ich glaube ich bleib erst mal ein bisschen, ja ich brauche rechts bei A nicht so offen fahren ich guck erst mal hier ein bisschen bei B, was an Zerstörer da reinkommt ich will es am liebsten jetzt mit der Danta rumfahren du bist ja auch so ein Schnellschießer, wa? also bei meiner Frau nicht, da brauche ich Zeit ja, wir haben auch ganz schnelle Themen wechselt ich bin eigentlich aufs Schiff, aber ja, okay, erzähl mir, ja klar vielleicht kann ich ja, wenn du mir jetzt vielleicht noch ein Titten-Thompen hier irgendwie aufs Video-Zimmer Titten-Thompen-Mail? naja, das muss ich aber erst mit dir absprechen ich sag doch nicht von deiner Frau Titten ach so wieso habe ich eigentlich hier keinen Reichweitenflieher oder so? oder so einen Spotter weil du scheiße bist hm du fährst ne Emden da ist ein deutsches Schiff hallo? ne, wir haben muss eigentlich die äh, entdeckt äh, entdeckt äh, entdeckt äh, entdeckt ob die jetzt die Idee war zu reparieren, zum Feuer zu wischen? eigentlich wir haben sich auf dem Ausfälle beschert und nochmal Ausfälle ja oh, dein Nassau oh, der, der hat sich da festgetaucht ne, das ist nicht doof jetzt äh, er ist schon wieder weg Mist ach, im Nebel oh, oh, die Nassau schießt ok, ich sollte mich hier wegbewegen Dange entstehendes Ziel, das ist nicht schön alles zu oh, jetzt oh, zum Glück haben die Tapetes aufgehört oder der eine oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich habe Angst. Wofür? Wofür? Was? Wofür? Für mich? Für die Menschheit? Ach, Nebel, geh weg. Oh, Rikis, geh auf. Da ist er. Ach, jetzt seid gerade geschossen. Der drückwärts. Ja. Oh, jetzt wird er wieder vorwärts. Ja. Und ne Smith? Oh, ne Nassau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kam, Poli. Oh, sag mal, ist er langsam unterwegs. Ja. Oh, der Störer ist raus. Oh, oh, du bist gleich tot, ne? Wer, ich? Ne, du fährst direkt drauf zu. Was denn? Störpedos sind weg. Ich habe meinen Quotenquill. Also, wurscht. Oh, okay. Ne, man hat klassisch rumgefahren. Ja, ich habe meinen Quotenquill auch erreicht. Ja, und das ist noch irgendwo Zerstörer. Ja, der Torpedos ist mir besitzt. Ich habe noch eine Nassau. Oh, ich habe Maschinenschein. Oh. Oh, du hast mal mehr kontaktiert. Ich habe noch meine halbe Schiff. Hätte ich jetzt nicht erwartet, bin stolz auf dich. Ja, ich hoffe mich auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich fahre jetzt mal Richtung A. Ah, den, 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 den. Wobei, komm mal hier. Oh, sowohl, Feuerchen gemacht. Oh, alte Lenkstier. Ja, Richtung A. Oh, mein Feuerchen brennt immer noch. Achso, die fährt doch nicht zu. Okay. Okay, jetzt hat er gelöscht. Hallo, Tana. Ihr seid wieder fleißig am Versenken. Ja. Ja, Zweierwander. Ich hoffe, ihr habt genug Wasserhund am Kiel. Ach, Gott. Hat sie aber eins verbrezelt. Ja. Ich weiß jetzt ja nicht, ob er dich schießen soll. Ich drehe wieder zurück. Ah. Ich weiß nicht, ob was du schießen sollst. Na ja, zu viele Ziele. Ich schieß auf alles. Ich bin schon dabei. Hey, 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 jetzt bin ich weg. Ich hab mir mal gerade so die ersten 10 Sekunden von deinem Special hier angeguckt. Ich verharte jetzt nicht, was das ist. Ja, da sind wir gerade in Aufnahme für die zweite Folge. Hm, dieses Intro. Ja. Mit diesen BOWS. Ja. Könnte man eigentlich immer davor knallen, würde ich jetzt mal behaupten. Boah, die Spiele. Ja, aber es... Ohne Name. Ja. Dann müsste aber... Ohne, was ist denn so ein BOWS? ...da auch bearbeiten. Ja? Dann müsste Dark auch bearbeiten, ne? Warum? Wieso? Naja, wenn Erwart hochlädt. Das kann man ja als Dings rein tonnen, als äh... Na, quatsch, mal gleich nochmal drüber, wenn jemand noch vorbei ist. No, right there. Dann noch ein halbes Schiff. Ah, versenkt. St. Louis. Du hast gesagt, ich soll ja nicht rennenfahren. Richtig. Hier muss man auf Angriff fahren. Gerade um Schlag. Ja, ich bin ja davon ausgegangen, dass du nicht immer auf mich hörst. Achso. Also, ich kann ja sagen, was ich will. Du machst, äh... Agierst auf eigene Verantwortung. Kann ich ja sagen, warum ihr jetzt abgesoffen seid. Die Russen haben halt Altmetall benutzt. Ja, aber das musst du mal so sehen. Das ist dann in dem Fall eine Herausforderung, oder? Ja, klar. Keiner spielt von uns weiter. Das war ja auch die Idee dabei. So, und ich glaube, jetzt ist hier überhaupt keiner mehr. Okay. Kann ich gleich die Drehung weiter vorführen. Ja, und dann triffst du auf die anderen, die dich jetzt dann wegfetzen. Na ja, es kommt hier nämlich schon in die Dresden angerauscht. Also, fahr bloß nicht, äh, äh, vor. Nee, hab ich noch nicht vor. Gut. Mit Drehung schon. War Dresden, die Dampfer. Ich habe gestern meine Kneise erhalten. Ha. Ja, die ist, soweit ich das gesehen habe, ähm... Ach. Knabber. So, jetzt bin ich gegen den Fischen. So, jetzt gehen wir erst mal wieder an den Hafen. So, siehst du, die Folge haben wir ja auch schon wieder mehr überlänger. Äh, 28.000 halt gemacht. 28.000. Eine Kategorie mit 8.000. Ja, du hast noch länger gefechtet, du hast ja. Das hat ja auch nichts damit zu tun. Ne, drei Garten zu schüren rausgenommen. Richtig, das auch. Denn habe ich den Juden dicken, nassen, die ihn auch gemacht. Ja, die dicke Nassau, die habe ich in Brand gesteckt. Denn die anderen Nassau in Brand gesteckt. Ja. Boah, passt. Gut. Dann beenden wir für heute jetzt mal diese Folge. Dann man hört sich an der nächsten. Ciao. Ja, ciao, ciao. Bitte.